Hallo, ich bin Aschenseele, Info- und Manga-Mod auf Proxa.me, wo den Infobereich noch immer kein Mensch kennt. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachten und ein schönes Neujahr. Nutzt die Feiertage, trinkt eine Tasse Tee, bläst ein paar ihr Äußer und schaut vielleicht mal im Chat vorbei. Hallöchen, ich bin der Niki und Moderator beim ProxCast. Ich wünsche euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und möchte mich für das großartige Jahr mit euch bedanken. Ich hoffe darauf, euch auch nächstes Jahr wiederzusehen und vielleicht auch den ein oder anderen als Gast im Erincast begrüßen zu dürfen. Also bis dahin, euer Anton, Kai Niki. Heyo, mein Name ist Hayasson und ich bin ein ProxCast-Moderator bei Proxa.me. Ich wünsche euch natürlich auch wunderschöne Festtage sowie ein wunderschönes Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr, falls wir uns auf jeden Fall nicht mehr hören sollten. Und lasst euch sehr gut beschenken, gönnt euch diese feilen Tage und die Ferientage und die Festtage mit eurer Familie und dann würde ich einfach mal sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Ciao, ciao. Hey, liebe Proxa-Gemeinde, das hier ist mein Weihnachtsgruß-Video auf die letzte Sekunde. Mein Name ist Ragnu und ich mache den ProxCast gemeinsam mit so ein paar anderen Karoten. Und ja, ich wünsche euch einfach ein schönes, frohes Jahr, sinnliche Weihnachten und schaut ein bisschen mehr Unsinn. Hallo, liebe Proxa-Community, mein Name ist Kasumil, ich bin die Co-Leiterin des Musix-Bereichs und auch ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, liebe User, mein Name ist Xetat und ich leite den Musix-Bereich. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Adventszeit hattet und ich wünsche euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Lasst euch reich beschenken und rutsch gut ins neue Jahr. Hey, mein Name ist Saul, Co-Leiter von Proxa-Subs und natürlich wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Servus, Koki hier, ich bin die Leitung der Info-Moderation. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, lasst euch reichlich beschenken und rutscht gut ins neue Jahr. Hallo Proxa-Schaft, ich bin der Huber, Info-Mod und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, meine liebe Proxa-Gemeinde, hier ist Mariam vom Musix-Team. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, hoffentlich mit eurer Familie, euren Freunden und einfach den Menschen, die euch am Herzen liegen. Und danach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Hi, wir sind Vira, Tessels, Silent Grey, Showshafjord und Q von der Redaktion. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Hallo liebe Proxler und Proxlerinnen. Ich bin Q-Igles-Racker-P, besser bekannt als Igel und Projektleiter bei Proxa Scans. Ich wünsche euch auch im Namen des restlichen Teams frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich finde es total cool, wie viele Spenden wir dieses Jahr zusammen bekommen haben und ich finde, wir sind echt eine tolle Community. Also in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Moin Moin, ich bin Devil Toon und Forums-Moderatorin auf Proxa. Auch ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, viele Geschenke und genießt die Zeit mit eurer Familie. Ansonsten sehe ich vielleicht den einen oder anderen im nächsten Jahr im Forum. Bis dahin und macht's gut. Hallo, mein Name ist Cori Shee. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, ihr bleibt auch 2018 weiterhin Proxa-Metroi. Bye, bye. Hallo, verehrte Proxa-Gemeinschaft. Ich bin Genesis. Ich bin technischer Leiter und Administrator von Proxa und ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit dem Adventskalender hattet und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr auch wieder dabei seid. Ich bin des Jahres. ich bin her bereit. Bis zum nächsten Mal.